Meine Mitarbeiter arbeiten an der Unterstützung von Gastronomiebetrieben. Gastronomiebetriebe haben so die Möglichkeit, ihre Abfallgebühren zu reduzieren. Mein Name ist Petra Madin, Bereichsleitung des Rechnungswesens. Hallo Speyer, mein Name ist Maximilian Fischer, ich grüße Sie aus dem Homeoffice. Ich bin bei den Stadtwerken für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bei den Stadtwerken Speyer arbeite ich im Bereich Verriebhandel. Und wir im Rechnungswesen arbeiten daran, dass auch unsere Lieferanten ihr Geld bekommen und sie weiterhin sicher versorgt werden können. Bleibt alles gesund! Wir im Bademax arbeiten jetzt für euch, dass alles ordentlich und schön ist, wenn wir wieder öffnen können. Auch in dieser schwierigen Situation sind wir für euch da. Und das Wasser läuft nach wie vor bei euch sauber aus dem Wasserhahn. Und wir sind hier im Umspannwerk West, wo wir überprüfen wollen, ob alles in Ordnung ist. So, wir machen hier eine kleine elektrische Prüfung für die Homeoffice-Geräte, für die Kollegen zu Hause, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten von den Geräten. IT-Service, Stadtwerker Speyer, Akron hier, hallo! Wir sind auch in der jetzigen Zeit für Sie zu erreichen. Im Homeoffice arbeiten wir gemeinsam mit Kollegen, zum Beispiel mit dem Georg. Hallo, Max! Erarbeiten wir weitere Produkte, zum Beispiel im Glas-Wasser-Bereich. Mit meinen Kollegen bin ich online verbunden und wir sorgen gemeinsam dafür, dass ihr immer aktuell informiert seid. Und für Sie sind wir natürlich weiterhin erreichbar, per Telefon, per Mail, aber auch über unser Kundenportal. Bleiben Sie gesund! Aber es hat sich angere jeст Hej р lasting, oder? Untertitel sehr, 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 sehr heißell. Wenn die richtige Bedeuterstattung vonienst.